Ja, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Megaman Unlimited. Ich habe euch im Nachtrag ja gezeigt, ob ihr mal den K-Bustaben holt. Es war verzweifelt, ey, ich habe über 50 Schleien verloren dafür. Leute, das war echt krank und es hat mich echt viel Zeit gekostet, aber ich habe eigentlich den K-Bustaben. Und ich würde sagen, erzählt uns nur noch einer. Jetman! Jetman ist der Letzte, der uns noch fehlt. Doch seine Stage ist die wieseste von allen. Der Vorder von diesen Cover-Trägern ist die Drummond's Items. Jetzt wäre der Jojo-Cutter sehr nützlich, weil ich da umfeuern kann. Verdammt! Bisschen weiter. Yes! Setz hoch mit uns! Nein, muss hoch. Hier ist auch der letzte Buchstabe. Der uns fehlt, nämlich das J. Y. Ja, ist ein J. Ich kann, ich kann, ich kann lesen. Oh mein Gott. So. Ich mach mal das. Ja, ich muss mit uns. Ich kann jetzt düşün. Ich kann heute mit mir кор celestialisch el virus. Ich phäre eben herausgehend. 卻 geht Lamai zurück, was er okay? Was da dumm? Yes So Genial So So Down Checkpoint Strike Drehen Oh Gott Schraube Da ist es ja So Gucken So Der Tower Yes Wir haben es zum Tower geschafft Das ist schon mal gut Da da Was zum Itank on Wir trägst jetzt mal ein bisschen So Ich warte ab So So Was Und faires Schwein, das hätten wir gar nicht auf können, ja, das Vieh nervt, ich überleg gerade, bei Kalko war es gar nicht so, was haben die denn da geändert in der Stage, die haben die Stage geändert, ich weiß, die haben die Stage geändert, komm. Neuer Versuch, rauf! Moment, kurz warten, jetzt, ich habe sie gefunden, da hinschkomm ich schon ziemlich schwierig, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Der reichste für Ergoni, die Entfernung, das ist zu wenig! Das ist alles gehackt, gecheatet worden, hier wurde alles zu über euch kommuniziert gemacht. So! 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 Now! Rush, Chet. Lüste, gelbe, Senni! also der ist jetzt kommt schon das ist einfacher waschkeule und ich würde den r-beam drauf legen kommt ein stück ein stück ein stück yes y gesichert jetzt aufzuziehen ich weiß egal perfekt Hap. so nein das über mich ergehen ich lasse es einfach so über mich ergehen das joko vervollständigt ist wir haben zusammen leute jetzt heißt es müssen nur noch überleben bis hochkommen zum ziel ich habe mich nicht mehr so über anstrengend na komm jetzt hast du mir keine angst all right fire ja ja perfekt ja 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 abhauen das reichne wasch chat on ich dachte das wäre die sprungtaste oh ne ich habe die sprungtaste wieder vertauscht obwohl ich das auf die space gesetzt habe ich vertauscht manchmal echt das ist so scheiße kennt jetzt manchmal auch wenn ihr die taste vertauscht kämpft jeder von euch dieses dieses gefühl wenn man einfach so die feier das drückt die konfiguration vertauscht es ist so zum heulen so ein bug wie willst du den töten da brauchst du schon andere mitte es gab der waschkeune experimentieren wir mal ich werde mich auch vom endschlitten weiter verteidigen lassen so lehm heb money müssen wir uns echt konzentrieren und wer weiß die immer so hochgehen da kannst du es gar nicht haben das ist doch eine verarsche so es ist jetzt egal ob ich gebe ob er oder nicht weil das ist doch behalte ich jetzt wenn wir das hier in uns gebracht haben dann kann ich endlich das geheimnis das ist ja auch kurz das ist ja auch kurz veran ah oh gott so 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 So, weg. So. Yes! Rush chat on Bust on So. Rush chat. Yep. Let's get clapped. Let's go. 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 Let's go.